hallo leute und herzlich willkommen zu einem weiteren part hier in super mario galaxy wir machen direkt hier war da in der strand nach glas strand galaxie natürlich wobei wir da schon wenigstens einen stern haben und ja im letzten part haben wir so etwas aus rosalinas vorgeschichte herausgefunden ich weiß nicht ob es irgendwann später weiter geht ob oder ob das nur für den teil erstmal der schluss war keine ahnung vielleicht werden wir es ja als eine spätere zeitpunkt herausfinden aber scheiße ich bin jetzt aussehen auf den b-knopf gekommen das ist richtiger fail aber das schneide ich es nicht raus extra so glas strand galaxie let's go ohne den b-knopf zu vergewaltigen naja gut so was hat man hier abschlussprüfung schwimmklasse ich glaube das heißt nichts gutes das hat was mit dem typen zu tun dem wir im letzten part angesprochen haben nee warte mal das war nicht im letzten nee das war im vorletzten part das war im vorletzten part oh man ich ahne böses wenn es nicht so schlimm ist wie dieses testsurfen dann denke ich mal das wird nicht so schlimm legst du auch die abschlussprüfung alles klar legst du auch die abschlussprüfung für die schwimmklasse ab aber sicher natürlich der test besteht darin panzer eben mehr auf zusammen bringen mit den goldenen panzer der irgendwo im meer liegt ja als ob ich das jetzt weiß aber so raus fischen oder was war der goldenen panzer ja und dann gebe ich an ihn und dann bekomme ich den stern oder was wahrscheinlich ich glaube das wird jetzt sehr schlimm man ja wo sollen das auch nicht da ist er ja schon neu wie kann ich ihn dann abnehmen einfach so oder was tue lol war ja leicht hat da nein ich wollte nicht abschießen ich wollte eigentlich wie so eine art boost bekommen nein ja und jetzt habe ich verkackt oder was nee das war ja keine absicht okay der spawn wieder bei ihm ok schön so jetzt mache ich nichts jetzt schwimme ich nur noch nach oben ok kamera dankeschön so den müssen wir ihnen wahrscheinlich geben denke ich mal anderes bleibt uns sowieso nicht übrig ich hätte nicht gedacht dass du ihn tatsächlich bringen würdest nun dann gebe ich dir eine riesige goldmedaille natürlichen stern ist ja klar ne selbstverständlich mit den höchsten vergnügen ich danke dir kannst du den panzer jetzt nehmen weil den brauche ich jetzt sowieso nicht mehr das hast du gut gemacht aber bist du überhaupt einer meiner schüler nur eigentlich nicht du kannst den panzer jetzt wieder bekommen einfach direkt auf den bauch geworfen und überhaupt nicht weh getan hat ihn auch nicht gejuckt also von daher aber egal war mal wieder ein sehr leichter stern nice so nun haben wir 30 wenigstens eine schöne runde zahl und wir haben eine neue galaxie freigeschalten und wieder in der küche juhu ok speichern auf jeden fall weil ich keinen bock habe immer wieder das letzte mal immer durchzumachen selber auf topic deswegen ist er schon zurückgehen das war dumm wir gehen auf jeden fall noch mal dahin natürlich um den dritten stern aber so beim ersten mal spielen habe ich wirklich so gedacht nur drei sterne und das war's aber zum glück nicht weil das wäre voll unnötig was haben wir das rätsel der strudel höhle ach das was noch mit dabei war oh ich glaube das wird ein kleines bisschen kritisch glaube ich jetzt von der fehlquote jetzt her betrachtet man ja aber wir müssen erst mal nach unten glaube ich weil die vorschau hat ja nicht umsonst da nach unten gezeigt aber krieg ich irgendwann mal dieses beschissene ab irgendwie ich glaube nicht aber ich lass es auch erst mal bleiben weil ich habe keinen bock so oft zu fehlen bringt das auch was dieser schatzkiste mal zu öffnen nehmen mein panzer weil das möchte ich schon gerne mal erfahren wenn das mal möglich wäre auch cool ist nur noch drin okay dann lohnt sich das schon zum teil gerade für mich gerade für mich definitiv gönn dir mal den anderen war hier nicht noch ein panzer gewesen zufällig oder war das nur der eine das war nur der eine wie kriege ich dann wie kriege ich das dann auf aber nicht nur mit dem blanken panzer es wäre voll unnötig als ob seit wann hat ein panzer so eine krasse stärke um sogar felsen zu zertrümmern what the fuck was ist das für nur ein ultimativer krasser panzer richtig heftig aber ja gut dadurch kommen jetzt hier durch nun und jetzt wird es etwas düster ich habe reflexe wie ein ninja okay okay das war jetzt unnötig so das kam als würde anwesend danke dafür ach man ich sollte es lieber lassen solche dummen sprüche einfach mal zu erwähnen aber ja gut egal so wahrscheinlich wieder so eine komische fletermaus betrug was sollen das nein ich noch mal okay jetzt sogar noch sogar noch bekommen einwand frei aber trotzdem jetzt doof dass ich jetzt einmal getroffen wurde so richtig dämlich eigentlich sie vom ersten einblick aus dass ich fehlen werde aber mal schauen vielleicht stelle ich mich doch gar nicht mal so dämlich an wie ich eigentlich selber behaupte damit extra gewartet ja nicht wollen treffen lassen denn ich habe selbst herausgefunden dass man sich instant töten lassen kann die teile kommen mir noch bekannt vor wir kommen das aber nicht hierhin als ob ich ja genau ich lasse es so für die sicherheit aber mir kommen die auch bekannt vor kann die nicht auch mal in 3d land oder world vor das so weil mir kommen die wirklich irgendwie so bekannt vor ja hier ist ein one up das möchte ich mir gerne mal gönnen so perfekt bringt das was dass ich ja weiter nach oben gehe vielleicht wie auch immer oder hier vielleicht weiter nee hier ist so ein kern also der sichere tot okay das war knapp nee jetzt glaube ich wieder im kreis habe ich keinen bock drauf chill richtig unnötig richtig unnötig ja ich weiß ich bin dämlich vielleicht auch noch ich wollte doch nur das ab mann was soll denn der scheißdreck auch man jetzt fehle ich so richtig dämlich einfach nur unnötig ja ok gut dann scheiß mir auf das ab mein gott ich lasse es ja schon sein dafür hole ich mir bei jedem death immer dieses aber das wenigstens leicht zu bekommen so mein gott ja da lass da bleibe lieber stehen kannst du zurückgehen dankeschön achso nein nein man neuneinhalb minuten und wieder nur am fählen mein gott sowas von also lass mich von goomba treffen ernsthaft richtig unnötig egal so nochmal das one abholen na komm schon machen wir ein bisschen schneller hier mein gott jetzt muss ich aufpassen dann muss ich aber dann weiter zurückgehen ich kann ja keine abkürzung benutzen so richtig ja hier ungefähr so jetzt ein bisschen sachte vielleicht mal das andere one abholen was hier ist wenn ich es gebacken kriege dankeschön so so das war was dass ich auf diesen anderen plattform überhaupt da drauf gehe ich glaube irgendwie nicht so ne chill doch mal dankeschön oh man hey das wird doch der sichere tod man das bringt mir nicht viel überhaupt nicht knapp ne du sollst da drauf gehen ey bist du denn nur so dumm oder tust du nur so ah ne okay gut passt schon alles wunderbar jetzt muss ich nur aufpassen es hat ja nichts nichts gebracht ey ich belasse es dabei geh mal hier weiter ich glaube es hat nichts es hat einfach nichts gebracht ne einfach nichts gebracht na da warte ich mal so jetzt hier rüber bringt das was ich weiß nicht vielleicht auch mal die andere richtung ah das sieht schon besser aus gut so jetzt bin ich auch mal weiter gekommen wow so du kannst dich auch mal bewegen finde ich sehr schön aber bei dem muss man auch ein bisschen überlegen wie man auch voran geht hey ach du kacke okay hier ist noch safe jetzt kann ich ja nicht mal hier rüber hey warum warum ist der irgendwie dumm oder so der hätte doch da drauf springen können was ist das für eine zange ne auf schneiden habe ich jetzt auch keinen bock ne das sehe ich jetzt nicht ein danke fürs töten danke dir für deinen support so und jetzt muss ich auch wieder warten boah das ist so langatmig ey und so unnötig ey wenn man dann stirbt ey vor allem ihr kleinen spastis ihr seid richtig richtig nervig nö hab mir nichts gebracht ja jetzt darf ich mal wieder schön zurück gehen och man ist das nervig man einfach nur unnötig ich warne dich ey hör auf jetzt irgendwelche beschissenen tricks hier zu machen und springen ordentlich manchmal ist die physik von mario in diesem game übelst der rotz ey okay so ich bleibe jetzt auf diesen plattformen hier im richtigen boah ey ne dass es so knapp ist ne das ah ne so ich lass es mal so okay ich hab nichts bereut aber hier ist ne hier ist erstmal safe da bleib ich erstmal um die schritte hier zu verfolgen jetzt einfach mal weiter ah ok gut hier macht dann wieder Schluss hier ist safe alles wunderbar kann ich mir ein paar sternteile hier holen hier geht er wieder zurück ne oder nö dann toll ey das ist so zum kotzen ey ohne witz langsam macht es doch keinen spaß mehr ne es ist einfach nur scheiße unnötig ey man ey komm verpiss dich mein gott ey es ist sowas von nervig ey aber ich hab wenigstens jetzt schon mal 10 ups lol wenigstens etwas finde ich schon schön ne ich mach das jetzt so es kann doch nicht sein ne das eine abhole ich mir jetzt auch noch dafür es war jetzt wieder so knapp ne diese rettungsaktion ey heftig mal voll ich war jetzt sogar in der nähe ich weiß ich bin ja nicht mal weit vom stern entfernt würde ich jetzt mal so sagen einfach so frei raus so das abgönne ich mir auch noch wie jedes mal so aufpassen hier das ist die einzige stelle die wenigstens safe ist oder so wenigstens aber das war es auch schon wieder ich bin gleich da ja komm schon ja ja endlich dankeschön ah ideal von diesem part brauchst du nichts zu schneiden ich bin faul warum ist mein face hell bis zum absoluten geht nicht mehr das sah hässlich aus es war scheiße aber ja gut sehr gut egal so ey das war nee seit hart wann bin ich das letzte mal die ganze zeit immer so heftig gestorben war 10 oder 11 eins von beiden ey das war mal wieder total müll ob es jetzt vom game war oder einfach nur meine fails ist egal oh Gott war das so wieder so peinlich einfach nur so scheiße zu sterben aber ich habe 12 abs ich habe 12 leben ich kann mich nicht beklagen ich bin so übelst oft gestorben aber ich habe 12 abs und das wäre schön aber ja gut deswegen machen wir jetzt auch schluss für heute für diesen part gute länge dafür wenigstens zwei sterne bekommen das freut mich und ja wenn es euch trotzdem dennoch gefallen hat würde ich mich gerne beim like freuen Darm hoch wie auch immer wie man das auch nennen wie auch immer ist auch egal und ja dann werde ich mich auch drüber freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder einschaltet zu einem weiteren part hier in super mario galaxy bis zum nächsten mal und tschau leute macht's gut tschuuuut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal